Ja, wir fahren da einfach gern zu über, weil es sind immer Leute da, die man kennt. Es ist bei uns in der Gegend ein beliebter Platz. Dann hast du auch alle Möglichkeiten. Da sind nicht gerne Anlagen, da kannst du duschen gehen. Das wird immer super sauber gehalten. Duschen-WCs, es gibt einen eigenen Schlüssel für die Chauffeur selber, die da öfter sind. Mit denen hast du einen freien Zugriff zum WC. Und wie gesagt, die Gastronomie, man ist da nicht eingesperrt, man ist weg von der Autobahn.